Hallo, ihr wunderbaren Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Herzlich willkommen zum Monatshoroskop Liebe und Leben im April mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Im April sehnt ihr euch nach Liebe und möchtet glücklich sein, aber ihr könnt euch nicht immer aufraffen, dafür etwas zu tun. Noch ein Tipp, behaltet euer Budget im Auge, denn ihr neigt jetzt dazu, eventuelle Unzufriedenheit durch ausgedehnte Shoppingtouren auszugleichen. Und dabei haben die Singles unter den Löwen sehr gute Chancen, jemanden kennenzulernen. Falls ihr Beratungsbedarf habt, bin ich natürlich gerne für euch da. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage. Beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und hier auf der Infokarte. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen, so wie ich es hier trage, dann mit eurem Zeichen Löwe drauf und wie ihr an der Verlosung teilnehmt. Dazu gibt es mehr am Ende des Videos, also bleibt dran. Alles über euren Erlebnishintergrund und eure langfristigen Tendenzen erfahrt ihr im ersten Teil des Jahreshoroskops oder ihr könnt es in meinem Buch nachschlagen. Eine wichtige Veränderung haben wir in diesem Monat, denn Chiron, der Heilerplanet, wechselt das Zeichen und geht in den Widder. Er wird dann für die nächsten sieben Jahre einen vorteilhaften Aspekt zur Löwesonne bilden. Und damit beginnt eine sehr schöne Phase für eure Persönlichkeitsentwicklung, verbunden mit der Chance zur Heilung alter tiefsitzender Verhaltensmuster, die ihr schon lange überwinden wolltet. Dieser Aspekt ist wunderbar für alle Löwegeborenen, die einen ungewöhnlichen Weg gehen oder eine Außenseiterposition haben, denn sie fühlen sich dann mit sich im Reinen und wissen, warum ihre Aufgabe so wichtig ist. In diesem Monat spüren das besonders die Geburtstagskinder vom 23. bis 26. Juli. Und mehr darüber erfahrt ihr in meinem Special über Chiron, Entdecke deinen inneren Heiler. Das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Bei den übrigen langfristig wirkenden Planeten hat sich nicht viel geändert, nur Uranus hat sich etwas weiter bewegt und inspiriert jetzt die Geburtstagskinder vom 20. bis 24. August. Und Jupiter ist rückläufig und bildet nun wieder einen Aspekt für die Löwegeborenen vom 11. bis 17. August. Alles über die Bedeutung dieser Aspekte erfahrt ihr im Erlebnishintergrund im Jahreshoroskop. Jetzt wollen wir uns die aktuellen Konstellationen anschauen. Sonne, Merkur und Uranus stehen zu Beginn des Monats im Widder in einem günstigen Aspekt zur Löwesonne und Jupiter im Haus der Familie zeigt, dass ihr wahrscheinlich schöne Ostertage mit euren Lieben verbringen könnt. Bis zum 5. April aktiviert die Sonne den Mondknoten und der steht ja in eurem Zeichen und das bedeutet, die Chancen sind besonders groß, jemand Neues kennenzulernen. Wenn ihr auf Reisen seid, könnt ihr einer Urlaubsliebe begegnen. Allerdings ist ja der Merkur noch rückläufig und das zeigt, dass es zu Planänderungen und Verspätungen und solchen Sachen kommen kann, wenn ihr unterwegs seid. Aber davon solltet ihr euch nicht die Laune verderben lassen. Manchmal sind es genau diese Verzögerungen und unerwarteten Entwicklungen, die dazu führen, dass man jemand Nettes trifft. Die Sonne steht noch bis zum 20. April vorteilhaft, auch bei euch im Haus der Reisen und der Fortbildung. Die Venus steht nun im Zeichen Stier und damit etwas quer zur Löwesonne. Das bringt diesen eingangs erwähnten Effekt, dass ihr manchmal eurem Liebesglück selbst im Wege steht, weil ihr euch nicht aufraffen könnt, etwas dafür zu tun. Außerdem kann euch die Konstellation verführen aus Frust, shoppen zu gehen oder mehr zu futtern als sonst. Also achtet da ein bisschen drauf. Ihr könnt die Energie gut kanalisieren, indem ihr euch in eurem Job und für eure Karriere engagiert. Denn dafür stehen die Sterne im April besonders gut. Und da gibt es wahrscheinlich auch viel zu tun. Da ist ja schon seit einiger Zeit einiges los bei euch. Die kosmischen Schwergewichte Saturn und Pluto stehen bei euch im Haus des Jobs und das zeigt größere Entwicklungen an, denen ihr euch stellen müsst und die ihr nicht unbedingt immer unter Kontrolle habt. Es kann sogar zu Machtkämpfen und Gerangel kommen und weil Lilith dabei ist, könnte auch eine Frauenfigur euch das Leben schwer machen. Andererseits wird die Venus vom 5. bis zum 17. April günstige Aspekte hier zu eurem Karrierehaus bilden und das ist eine Zeit, in der ihr die Wogen glätten könnt oder durch gute Kontakte vorteilhafte Allianzen bilden könnt und das solltet ihr ausnutzen. Wenn ihr da Beratungsbedarf habt, wendet euch an mich. Dann schauen wir uns das genauer an. Am 15. April wird der Merkur wieder direktläufig und am 16. April ist Neumond und der wird sehr inspirierend und aufregend für euch wirken. Am 17. geht dann Chiron ins Zeichenwetter und diese spannenden Konstellationen der Transformation und der Erneuerung und Heilung stehen hier alle sehr positiv zur Löwesonne. Für die Neumond-Meditation eignet es sich, wenn ihr euch über eure Persönlichkeitsentwicklung Gedanken macht, verbunden mit der Frage, wie ihr ein Vorbild für andere sein und andere begeistern könnt und zwar ebenfalls auf einem guten Weg voranzugehen. Ihr könnt auch um eine gute Verbindung mit eurem höheren Selbst bitten. Für Löwen, die als Heiler, Coach oder Motivationstrainer unterwegs sind, stehen die kosmischen Zeichen auf Erfüllung und Erfolg und das langfristig. Wenn ihr selbst noch auf der Suche seid, könnt ihr einen passenden Weisheitslehrer oder Lehrerin finden oder ihr entdeckt jetzt das Wissen, das ihr sowieso schon in euch tragt. Ich empfehle euch den Podcast Happy, Holy und Confident von Laura Seiler, die ist auch Löwe und eignet sich da ganz wunderbar als Vorbild und Anregung. Ich verlinke den Podcast für euch unten in der Videobeschreibung. Am 20. April um 5.12 Uhr am Morgen geht die Sonne dieses Jahr ins Zeichen Stier und sie aktiviert dann für vier Wochen euer Sonnenhaus der Karriere. Das kann eine durchaus anstrengende Zeit werden, wo ihr euch vielleicht auch mal auf den Prüfstand gestellt fühlt, aber ihr könnt viel erreichen und Herausforderungen erfolgreich meistern. Am 24. April geht die Venus ins Zeichen Zwillinge und das ist ein sehr vorteilhafter Aspekt für die Löwesonne. Sie aktiviert dann euer Haus der Freunde und ihr bekommt bestimmt viele Einladungen zu Geburtstagsfeiern oder Frühlingsfesten. Ist auch geschäftlich günstig, denn der Aspekt begünstigt gute Kontakte und erfolgreiches Netzwerken. An dem langen Wochenende zum Tanz in den Mai habt ihr sehr schöne Konstellationen, um Leute zu treffen und euch zu amüsieren. Wenn ihr Single seid, stehen die Sterne vom 25. bis zum 30. April noch mal besonders gut, um jemanden kennenzulernen. Und in der Nacht zum 30. April haben wir einen besonders sinnlichen Vollmond in den Zeichen Stier und Skorpion. Der steht in Spannung zur Löwesonne. Das kann aber sehr anregend auf euch wirken. Ihr müsst nur generell ein bisschen aufpassen, falls ihr eine Liaison im Kollegenkreis anfangt. Da stehen die Sterne diesen Monat eher schwierig, besonders zum Monatsende hin. Falls es was Ernstes ist, gibt der Sache Zeit, sich zu entwickeln und sorgt am besten dafür, dass es nicht alle mitkriegen, denn es könnte zu Eifersüchteleien kommen. Davon abgesehen stehen die Sterne Ende des Monats super für euch zum Ausgehen und Feiern. Das waren eure Konstellationen im April. Falls ihr mehr über eure finanziellen oder gesundheitlichen Aussichten erfahren wollt, dann solltet ihr eine Beratung bei mir buchen. Denn diese Themen sind so persönlich, die deute ich lieber, wenn ich das individuelle Geburtshoroskop vor mir habe. Die Infos dazu habe ich hier auf der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt. Mein nächstes Webinar Antonias Sterne ist am Freitag, den 6. April um 17 Uhr. Dann könnt ihr mir wieder eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Und dann gibt es danach noch einen Termin am 11. Mai um 17 Uhr. Falls ihr den Workshop Saturnprobleme heilen verpasst habt, kein Problem. Ihr könnt das Video vom Workshop auch nachträglich noch buchen. Dann bekommt ihr auch alle Unterlagen und Infos mit dazu. In meiner Verlosung gibt es diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers, so wie dieses hier zu gewinnen. Und wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung bekannt. Falls ihr so lange nicht warten wollt, könnt ihr euer persönliches Collier natürlich auch direkt im Shop bestellen. Es kostet 59,90 und ihr findet den Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil. Postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Keine Sorge, das kostet gar nichts. Aber ihr werdet dann immer von YouTube benachrichtigt, wenn ich neue Videos hochlade. Einfach hier klicken und abonnieren, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Schaut euch bitte auch unbedingt mein Special über Chiron an. Entdecke deinen inneren Heiler. Und falls ihr sie noch nicht gesehen habt, empfehle ich euch auch meine Specials über Saturn und Lilith im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.